Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und mit mir am Tisch ist Angelika. Hallo! Ich warte schon darauf, wieder Sachen für unsere Planer-Buddies zu schnappen. Ja, zu schnappen. Das ist das wahre Wort. Das Päckchen ist von der Maike. Und das wird jetzt mal geöffnet. Maike, vielen Dank, dass du das so schön fertig gemacht hast. Ich finde das immer toll, wenn das hier so geschmückt ankommt. Also, wir wollen mal reingucken. Sie findet das toll. Es kommen Freundsschreie durch das ganze Haus. So toll findet sie das. Und dann schreit sie immer nur, Planer-Buddy! Wie schön, dass jetzt alle auf YouTube das auch wissen. Ich wollte den anderen nur mitteilen, welche Freude sie dir machen. Oh ja, Glückwunsch, dass ich die jetzt angeschmissen habe. Warum hast du das so auf, stimmt was? Ja, weil oben ist ganz fertig. Ach so. Also, schaut mal, da ist richtig viel drin. Oh ja. Und auch genau das Richtige. Das ist schon mal super für mein Dashboard. Ja, schaut mal, Project Life Cards. Die ist schön. Die auch. Richtig schöne Project Life Cards. Maike, du hast ja meinen Geschmack total getroffen. Vielen Dank dafür. Richtig schöne Karten. Kannst ihr sehen. Dann haben wir ein Alphabet. Kann man immer gebrauchen. Hier noch. Die sind ja hübsch. Ja, die sind auch so Karten. Oh ja. Ach, das sind auch Karten? Ja. Hier in Gold so, ne? Da können wir nur ein Dashboard unten machen. Oh, Perlensticker. Oh, schön. Schön. Und Sticky Notes. Zum Aufkleben. Oh, guck mal. Wenn die nicht wieder schön. Ja. Also, ihr seht schon, hier ganz viele verschiedene Sticky Notes haben wir hier. Fine Liner. Noch ein Marker, richtig. Washi Tape. Ja. Ein Set Sticker. Liebe Maike, du hast dich selber übertroffen. Das ist ja mal klasse. Hier sind so richtig schöne Sachen noch drin. Oh, guck dir das mal an. Ganz viele Sticker. Oh, sind die klasse. Ja, super. Oh ja, das ist mal was ganz Außergewöhnliches. Ja. Das ist ja Material. Ach, guck mal, wie auf dem Riffum schlaft. Ja. Ich hatte gerade schon so eine leise Hoffnung, Maike, dass du die auch da rein gepackt hast. Das kann ja mal sein. Schön. Schaut mal, ja. Ach, wie schön. Und von all dem muss ich natürlich wieder was abgeben. Muss, will ich ja auch. Für unsere Planer Buddies. Also, ihr seht, was für schöne Sachen ihr hier bekommen könnt. Sie will das nicht. Sie will es nicht. Nein, sie will nicht, aber sie muss ich. Ich sehe es ja ein. Guck mal, wie schön. Ja, die sind auch so richtig schön, ja. Und hier nochmal Papiere. Da können wir wieder schön für den Planer so ein Dashboard oder halt auch so kleine Divider-Basteln. Und das werden wir auch gleich machen. Und kannst du mal so ein Schüttel-Dashboard basteln. Oh ja, das ist ja auch was für mich. Das ist auch richtig schön. Ja, sehr schön. Ja, Maike, vielen, vielen Dank. Du siehst, ich bin hier schon in hoher Glückseligkeit. Ich habe hier meine ganzen Planer-Sachen um mich. Und wir haben Freitag, das heißt, es ist Wochenende und es ist Zeit zum Planen und zum Basteln. Maike, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich auf unseren nächsten Tausch hoffentlich. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.